Es freut mich, dass wir unser Studium über Erziehung in der Endzeit fortführen können Und eines der Themen, die gerade heute so wichtig sind, ist das Thema der Familie Es wurde vorausgesagt in der Schrift im Propheten Malachi von unserer Zeit gesagt in Malachi 4, 5 und 6 So, wir befinden uns in den letzten Stunden sozusagen dieser Weltgeschichte Und das Thema Familie ist entscheidend Was trennt denn die Herzen der Väter von den Kindern und die Herzen der Kinder von den Vätern? Was ist es das, was entfernt werden muss, damit in diesem Verhältnis wieder alles gut ist? Wir werden es lernen und lernen müssen, weil wir wissen alle, dass wir in der Zeit leben Und wir müssen das Ziel der Vollkommenheit erreichen Das heißt, wir müssen Frieden haben in unseren Familien mit allen Mitgliedern Das heißt nicht, dass der Frieden da ist in dem Sinne, dass alle sich gut verstehen Aber jeder für sich muss in seinem Verhältnis zu seinem Familienmitglied ein liebevoller, freier Mensch sein Der nicht mehr aus der Lüge lebt, ich bin Gott Sondern der durch die Gnade Gottes dahin gekommen ist, ein Kind Gottes zu sein Christus ist unser Lehrer durch den Heiligen Geist Und wir müssen jetzt in den letzten Tagen, wie ich das letzte Mal erklärt habe, exponentiell wachsen Das heißt, wir müssen schnell lernen Und unsere Familien sind in Krisenzeiten Und diese Krise, die wir jetzt haben, spaltet die Familie Es bringt Dinge in Bewegung in der Familie, die bisher nicht in Bewegung waren So Schwierigkeiten, Konflikte, Anfeindungen entstehen plötzlich in der Krise, wo man dachte, es ist alles in Butter Ehefrauen sind plötzlich ängstlich von ihren Ehemännern Ehemänner lassen ihre Kinder nicht mehr ins Haus, weil sie Angst haben, sie könnten sie anstecken All das bringt plötzlich einen Zustand zustande, der tief im Herzen verborgen war Der in Nicht-Krisenzeiten, hätte man gedacht, ist es nicht vorhanden So, wir müssen diesen Teil unserer Hausaufgaben machen Ich sage immer, wenn wir in unseren Familien in der Lage sind, die Liebe Gottes auszuleben Dann können wir es überall Weil wenn wir diese Liebe Gottes gelernt haben in unserer Familie Dann können wir unsere Diplomarbeit geben In der Offenbarung der Liebe Gottes Den lauten Ruf an die ganze Menschheit Und ich habe das erklärt Das wird so in diesem Bild des drei Männern im Feuerofen erklärt Wir werden verfolgt sein und dennoch nicht zugrunde gehen, sondern wir werden die Botschaft verkünden Und dann kommen die sieben Plagen und auch dort werden wir ausharren bis ans Ende Und das ist das Bild in der Löwengrube, wo wir versiegelt sind Aber wir sind sozusagen in einer mehr geistigen Gefahr Nämlich glauben wir, dass unser Leben in Ordnung ist Und halten wir fest an unserem Glauben, ganz egal, was wir erleben Und dann kommt Jesus und es beginnt eine neue Schule im Himmel Wo wir lernen werden und in aller Ewigkeit lernen Und es wird nie mehr ein Herz zerbrochen sein mit dem anderen Herzen Es wird nie mehr eine Störung sein zwischen irgendeinem der Bewohner der neuen Erde So, was war der ursprüngliche Plan Gottes mit der Familie? Er hatte sie gemacht zum Zweck des gemeinsamen Dienstes im Auftrag Gottes Sie sollten durch Vermehrung des Glücks und der Mitglieder wachsen und die Erde bevölkern Das Mittel, was sie aufnehmen sollten, war die Liebe Gottes mit all ihren Zutaten Die Quelle konnte nur Gott alleine sein Und der Beginn war mit ihrer Eheschließung, als Gott sie zueinander führte Und alle Ehen, die geschlossen worden wären auf Erden, wären in aller Ewigkeit ohne Ende gewesen So war der ursprüngliche Plan der Familie Wir haben ja letztes Mal gesehen, dass Adam und Eva gemeinsam Zuerst Eva und Adam gegessen haben von dieser Frucht, die ihnen die Erkenntnis brachte Nicht das Wissen, sondern die Erkenntnis Das heißt, sie haben das Böse aufgenommen Sie wussten davon Bescheid davor, aber jetzt haben sie die Erkenntnis aufgenommen Und jetzt wurden sie durch die Aufnahme des Bösen natürlich böse Sie haben gehorcht der Stimme des Schlanges Und Gott hat gesagt, wenn ihr diese Frucht esset, dann werdet ihr das Böse aufnehmen Und ihr werdet sterben müssen Und das Böse, das sie aufgenommen haben, ist die Lüge Ich bin Gott Und durch diese Lüge haben sie uns jetzt vererbt Unsere ersten Eltern Und jetzt hat sich der Plan der Familie nach der Trennung von Gott geändert Der Zweck ist jetzt nicht mehr der gemeinsame Dienst Man verbindet sich nicht und miteinander was tun Sondern ich muss meine Bedürfnisse vom Anderen befriedigt bekommen Ob das das Liebesbedürfnis ist bei der Frau oder die Sexualität beim Mann Oder der Kinderwunsch bei der Frau Jeder sucht jetzt das Seine Das Mittel, was uns angeht, ist Stolz und Egoismus Es geht um mich, wir kreisen um uns selbst Die Quelle ist Luzifer Letztendlich der Drache, die alte Schlange Die dann sich hinter Menschen und Tieren versteckt Der Beginn ist natürlich mit der Eheschließung der beiden Und das Ende ist leider der Tod, der Ehebruch, die körperliche Gewalt und so weiter So durch die Änderung im Menschen haben sich alle Beziehungen des Menschen geändert Bedürfnisse werden jetzt Zweck Und aus einem Miteinander wird ein Voneinander Das ist eine grausame Sache Deshalb lasst uns die Ordnung der Beziehungen nach dem Gesetz betrachten Wir wissen, dass der Geist des Menschen wie ein Kanal funktioniert So wie auch alle anderen Dinge funktionieren Und die Wahrheit, das Gesetz steuert und regelt die Beziehungen Ich muss Liebe nehmen, bevor ich sie geben kann Und die Quelle, wo ich sie nehme, ist Gott alleine Und so gebe ich diese Liebe an die Mitmenschen Man vereint sich Man gibt sie nicht einmal sozusagen dem Anderen Sondern wenn jeder dasselbe tut von den Menschen Dann hat man eine vereinte Kraft Wo man miteinander das Werk tut, wozu man berufen ist Das ist das Gesetz Und jetzt ist die Frage natürlich Wo steht die Ehebeziehung? Muss ich sie hier tun oder hier? Und sicherlich steht auch die Ehebeziehung beim Liebe geben Sie wurde nicht gemacht, dass man aus der Ehe lebt Von der Ehe lebt Aber ich bin so in die Ehe gegangen Und ich vermute, dass alle, die mir zuhören Die verheiratet sind, auch so in die Ehe gegangen sind Weil es hat uns ja niemand erklärt Dass unser Herz uns betrügt Der Betrug des Herzens Der Betrug des Herzens, die Lüge Das Antigesetz sagt Nämlich, ich denke Ich brauche Gott, der mich lieben muss Ich brauche den Ehepartner, der mich lieben muss Und ich brauche die Mitmenschen, die mich lieben müssen So sie sind alle meine Quelle geworden Natürlich unbewusst Aber es zeigt sich in der Krise Der Prophet Elia muss kommen Um das Gesetz wieder in Ordnung zu bringen Er muss zeigen, dass die Beziehungen so nicht funktionieren können Weil er kommt ja an die Wurzel Und die Familie ist die Wurzel der Gesellschaft Und er sagt ja davor Gedenke des Gesetzes Mose, meines Knechtes Dass ich ihm befohlen habe Auf dem Berge Horeb An das ganze Israel Samt den Geboten und Rechten So das ist das Was der Prophet Elia Bringt in diesen letzten Tagen Vor der Zorn Gottes kommt Er offenbart durchs Gesetz Dass wir antigesetzlich leben Er zeigt, dass wir haben gebrochene Herzen Weil Liebe nehmen tut man durch Vertrauen Und wir vertrauen unserem Partner Wir vertrauen unseren Kindern Wir vertrauen unseren Eltern Und wissen nicht, dass das Sünde ist Dass das Übertreten des Gesetzes ist Deshalb müssen wir die Klarheit wissen Was bringt uns daraus raus Was kostet uns in die Nachfolge Jesu zu kommen Und das möchte ich lesen in Lukas Kapitel 14 In Lukas Kapitel 14 lesen wir ab Vers 25 Es ging aber viel Volks mit ihm Und er wandte sich um und sprach zu ihnen So jemand zu mir kommt Und hasst nicht seinen Vater Mutter, Weib, Kinder, Brüder, Schwestern Auch dazu sein Eigenleben Der kann nicht mein Jünger sein Und wer nicht sein Kreuz trägt Und mir nachfolgt Der kann nicht mein Jünger sein Wer ist aber unter euch Der einen Turm baut Will und sitzt nicht zuvor Und überschlägt die Kosten Ob er es habe, hinauszuführen Auf das nicht, wo er den Grund gelegt hat Und kann es nicht hinausführen Alle, die es sehen Fangen an, sein zu spotten Und sagen Dieser Mensch schub an zu bauen Und kann es nicht hinausführen Oder welcher König Will sich begehen In einen Streit Wieder einen anderen König Und sitzt nicht zuvor Und ratschlagt Ob er könne mit 10.000 Begegnen dem, der über ihn kommt Mit 20.000 Wo nicht, so schickt er Botschaft Wenn jener noch ferner ist Und bittet um Frieden Also auch ein jeglicher unter euch Der nicht absaget Allem, das er hat Kann nicht Mein Jünger sein Das Salz ist ein Gut Ding Wo aber das Salz dumm wird Womit wird man würzen Es ist weder auf das Land Noch in den Mist Nütze Sondern man wird's wegwerfen Wer Ohren hat zu hören Wer höre So Jesus Hat eine Menge Menschen Die ihm nachfolgen Und jetzt Dreht er sich um Und sagt Wisst ihr Was euch das kostet Dass ihr mir nachfolgt Und er sagt Ihr könnt doch nicht einfach Hinter mir kommen Und nicht berechnen Ob ihr mir auch nachfolgen Wollt Und auch erkannt habt Was euch das kostet Dasselbe hat er getan In Johannes 6 Als er die 5000 Vor sich hatte Und gesagt hat Wer nicht Mein Fleisch Und mein Blut Wer mein Fleisch isst Und mein Blut trinkt Kann nicht Mein Jünger sein An einer anderen Stelle Sagt er Ich bin nicht gekommen Um Frieden zu senden Sondern das Schwert Zwischen Schwiegermutter Und Schwieger Und so weiter Ja verstehen wir jetzt Falsch Ist nicht Elia gekommen Oder soll nicht Elia kommen Um genau das Werk Umgekehrt zu machen Nämlich Dass die Herzen Wieder zueinander finden Nun Das Entscheidende ist Wenn wir das Gesetz Verstanden haben Dann wissen wir Dass wir Ein großes Problem haben Weil wo steht Meine Familie Bei mir Wo ist sie Ist sie beim Liebenehmen Oder beim Liebegeben Und wir müssen verstehen Dass Aufgrund des Irrtums Meine Familie Weil ich denke Ich bin Gott Bei Nehmen steht Und das Bringt auch Den Konflikt Das bringt auch Das zerrissen sein Würde denn Die Familie Dort stehen Wo sie sein sollte Nämlich an dieser Stelle Dann Müsste Jesus Nicht sagen Dass es einen Preis Gibt Für die Nachfolge Dann wären wir Ja im Gesetz Dann hätten wir Ja Unser An dieser Stelle Gott Und an dieser Stelle Die Familie Und alles Wäre Richtig Aber nein Wir brauchen Ein Mittel Er sagt hier Und wer nicht Sein Kreuz trägt Und mir nachfolgt Der kann nicht Mein Jünger sein Das heißt Die ganzen Streitereien Der ganze Bruch In der Familie kommt Weil einer von dem anderen Ansprüche hat Hätte er keine Ansprüche Wäre er nie Mit einem Zerbrochenen Herzen Fast alle Fast alle 5 steht Ehre Vater Und Mutter Damit es dir wohlgehe Und du lange Lebest Warum kann jemand Vater und Mutter Nicht ehren Ja ganz einfach Weil sie ihm Etwas liefern müssen Weil sie Müssen ihm Etwas liefern Nämlich Sie müssen ihm Das Geben Was er denkt Gott ihn befriedigt So was Ist Antigesetzlich Das Gesetz hat Nirgendwo Wenn ihr seht Einen Anteil In dem Was der andere tut Nur ich kann Nehmen Und geben Niemand kann das Außer mir Damit mein Geist Zu seiner Erfüllung Kommt Muss ich Handeln Ich kann nicht Warten Dass ein anderer Handelt Für mich Und jetzt Sieht man In der Krise Dann wenn Dinge Nicht gut laufen Dass man Letztendlich Von dem Anderen Ist Das ist Es ist ein geistiger Nenne ich Kannibalismus Unser Geist Wurde nicht gemacht Um von Menschen Etwas zu holen Oder von Menschen Einen Anspruch Zu haben Dieser Anspruch Muss weg Aber er kann erst weg Wenn ich die Lüge Erkannt habe Weil es ist diese Lüge Die den Streit Bringt Die Lüge Ist das Die Die Auseinandersetzung Bringt Und ich Muss Aus der Aus dem Aus dem Aus dieser Lüge Raus Sonst Werde ich Eines gebrochenen Herzens Sterben Weil meine Mutter Nicht das getan hat Was sie sollte Oder mein Vater Oder Mein Ehepartner Ich hatte gestern Eine Patientin Sie Ich kenne sie sehr gut Jahrelang Kommt sie immer wieder Mit ihren Geschichten Zu mir Sie war Immer die Kranke Die zu mir kam Ihr Mann Kam Nur als Begleitung Immer mit Einmal kam er auch Und da habe ich Immer ein bisschen Hatte eine Kleinigkeit Und jetzt kam sie gestern Weil ihr Mann Vor drei Tagen Plötzlich verstorben ist Er war gesund Sie hatten Vor einigen Tagen Die Eiserne Hochzeit gefeiert 65 Jahre Verheiratet Das gibt es natürlich Heute nicht mehr So häufig Und Wie war die Frau Natürlich Ist es Eine Ein Schmerz Wenn Nach so vielen Jahren Man ist gewohnt Einander Man Hat So viele Jahre Zusammen gelebt Das Kostet uns Eine Ungewöhnung Aber Was ist passiert Mit ihrem Ohr Mit ihrem linken Ohr Es war voller Eiterigem Sekret Aus ihrem Mittelohr War Sie hatte sowieso schon Ein Loch im Trommafell Mit einem Röhrchen Weil sie da Schwierigkeiten hatte Und jetzt war das Ganze Entzündet Und Kam heraus Warum Weil ihr Herz Leid Nicht Physiologisch Ist Wir müssen Wenn wir in eine Beziehung gehen Wissen Dass wir den Anderen Am Ausgang haben Nicht am Eingang Aber jetzt Hat sie ihn am Eingang Und jetzt Eitert ihr Ohr Ihr Ohr beweist Die Zerbrochenheit Ihres Herzens Dass es nicht Um den Mann geht Der sich Wie sie gesagt hat Immer gewünscht hat Dass er plötzlich stirbt Dass er Nicht leiden muss Und so hat ihm Gott Auch den Wunsch erfüllt In einem Hohen Alter Aber jetzt Sieht sie sich Alleine Jetzt sieht sie sich In einer Welt Ohne Halt Weil ihr Halt War ihr Ehemann Und nicht Ihr Schöpfer Und Gott Und Herr So Versteht ihr Warum Warum die Botschaft Des Elias So wichtig ist Für unsere Tage Es kann nur In diesen Tagen Jeder bestehen Der sein Ich Kreuzigt Das Kreuz Muss Auf mich Genommen werden Ich muss Wissen Dass mein Mann Nicht mein Mann Ist Nur als Gott Denke ich Ich habe ihn Jetzt verloren Wenn es nur um die Umgewöhnung wäre Dann würde das Ohr Nicht Krank sein Ich würde nicht Versuchen Mit aller Gewalt Den anderen am Leben Zu halten Auch gestern Hatte ich eine Patientin Die kam Mit Kopfschmerzen Und die halten Schon so lange an Über vier Wochen Und dann Frage ich Nach der Geschichte Und seit Juli Ist ihr Mann In Behandlung Für Krebs Und sie Ist eine Christin Und sie sagt Ich bete Und ich Weiß Gott Wird ihn heilen Und dann Ist da jetzt Die Frage Woher Kommt denn Die Krankheit Ihres Mannes Woher kommt Ihre eigene Krankheit Sie kommt doch Gerade daher Dass sie Den Mann Braucht Sie hat es auch Wörtlich Ich brauche Meinen Mann Noch Für wen Das heißt Sie will an ihm Festhalten Für sich selbst Was muss Die Botschaft An sie sein Ihre Krankheit Beweist Die Krankheit Ihres Mannes Beweist Dass wir uns An Menschen Festhalten Aber Wir halten uns Nur deshalb An Menschen fest Weil wir ja dann Enttäuscht Wären wenn diese Nicht mehr da sind Wir halten deshalb Fest Weil die Unsere Quelle Sind des Lebens Wir sind Ohne dass wir es wissen Durch diese schlimme Natur Ganz egal welchen Glaubens wir sind Sind wir Verkauft Und wenn wir nicht Sehen die Notwendigkeit Des Kreuzes Dass sie auf uns Dass wir sie auf uns Nehmen Und wenn wir das Kreuz Nehmen Dann verwandelt sich In unserem Herzen Aus dem Irrtum Nehmen wir die Wahrheit Auf Nämlich ich bin Ein Kind Gottes Und ein Kind Gottes Hat dann Gott An der Stelle Des Nehmens Wo man die Liebe Holt Und ein Kind Gottes Hat an der Gebestelle Die Familie Und die Gesellschaft Das ist Das richtige Verhältnis Das ich haben muss Zu meiner Familie Und wenn wir das nicht verstehen Dann können wir Diese Krise Nicht bestehen Weil etwas Interessantes Das wird passieren Und passiert schon Diese Krise In der wir sind Spaltet die Familien Jeder geht so nach Seinem Glauben Ein Vater sagte mir Er hat zwei Söhne Er hat zwei Söhne Der eine ist gläubig Und wenn wir etwas anders tun Aber jetzt kommt die Herausforderung Niemand wird bestehen können Wenn sein Partner Ehepartner Wenn sein Kind Das Mahlzeichen des Tieres nimmt Das heißt Das heißt Es geht Mit den Ich sag jetzt mal Neuen Weltordnungen Heer Dann wird Es Das Zerreißen Das heißt Wenn ich Nicht in der Wahrheit bin Werde ich auch Alleine nicht Stehen können Diese Krise Führt jetzt schon Dadurch Zum Herauskommen Aus uns Was in uns ist Und die Eltern Und die Kinder Sehen Wie unterschiedlich Sie auf diese Sache Reagieren Wie die einen So ganz Leichtgläubig sind Und die anderen Stellen sich Fragen Aber sie Sind Eine Familie Und deshalb sagt Jesus Ich bin gekommen Das Schwert Zu senden Weil Es wird auch Etwas anders Passieren Derjenige Der In seinem Innersten Herzen Ein Gott Ist Wird Demjenigen Der nicht Seine Meinung Ist Verfolgen Und ihn An den Pranger Tun Und da Ist die Zerreißprobe Noch Für Größer Bin ich da nicht In der Botschaft Des Elia Bin ich da nicht Frei Werden Meine Familienmitglieder Durch ihre Verfolgung Die sie mir Antun Mich dazu Bringen Sie nicht Zu lieben Und dann Bin ich genauso Wie sie Aber dann Werde ich auch Auf ihre Seite Fallen Und werde Nicht bestehen In diesem Großen Kampf In dem Wir hineingekommen In dem Wir sind Und der Jetzt Ins Finale Geht Nur Jemand Der Im Herzen Vollkommen Geworden Ist Wird Nicht Durch die Familienbande In diesen Letzten Tagen Verführt Werden Weder Dass er So Gebunden Ist Dass wenn Der Familienmitglied Das Mahlzeichen Nimmt Nimmt Das auch Weil Er kann Ja Nicht Ohne Kind Noch Wenn Er Ganz In der Wahrheit Ist Von der Verfolgung Sich Dazu Verführen Lässt Seine Familienmitglieder Nicht Zu Lieben So Der Ausdruck Der Liebe Meiner Familie Gegenüber Der Nächsten Mit Den Ich Lebe Wird Ein Ausdruck Sein In Der Krise Ob Es Gottes Liebe Ist Die Freiheit Gibt Dem Anderen Zu Sein Wie Er Will Oder Ob Es Eine Liebe Ist Die Zwingen Muss Den Anderen Zum Guten Die Krise Wird Es Zeigen Ob Wir Die Botschaft Des Elias Leben Und Sie Dann Auch Verkündigen Können Oder Ob Wir Aus Gesichtet Ausgesiebt Werden Indem Wir Nicht Zur Erkenntnis Kommen Dass Uns Nichts Gehört Indem Wir Nicht Zur Erkenntnis Der Wahrheit Kommen Kommen Dass Wir Ein Leerer Kanal Sind Wenn Wir Das Nicht Erkennen Dass Wir Leer Sind Deshalb Steht Hier Also Auch Ein Jeglicher Unter Euch Der Nicht Absagt Alles Was Er Hat Das Er Hat Hat Nichts Er Ist Zur Erkenntnis Gekommen Dass Er Ein Lehrer Kanal Ist Kann Nicht Mein Jünger Sein Weil Ein Jünger Bedeutet Ich Bin Im Gesetz Gottes Ich Lebe Aus Gottes Liebe Und Ich Gebe Diese Liebe Weiter Und Dann Bin Ich Unantastbar Dann Werden Mich Die Familien Banden Nicht Zerren Dann Werde Ich meinen Vater Lieben Auch Wenn Er Mich Verfolgt Dann Werde Ich Meine Willen Sondern Wir Erlauben Ihnen Weil Wir Sind Nicht Abhängig Von Ihnen Sondern Allein Abhängig Von Gott Weil Die Wahrheit In Unsem Herzen Ist Wir Sind Ein Kind Gottes Nicht Ein Kind Unser Eltern Diese Botschaft Ist Entscheidend Heute Deshalb Stelle Dir Die Frage Wo Steht Meine Familie Für Mich Steht Sie Am Eingang Oder Ausgang Sie Er hat Nur Einen Platz Und Der Ist Am Ausgang Wenn Sie Am Eingang Ist Dann Bestimmt Dich Deine Sündige Natur Dann Musst Du Sie Kreuzigen Jetzt Wo Es Noch Geht Damit Du In Die Wahrheit Kommst Ja Das Ist Ein Wachstums Prozess Aber Jetzt Müssen Wir Es Schnell Lernen Wir Müssen Schnell Von All Unseren Mitgliedern Der Familie Unabhängig Werden Von Liebe Dann Können Wir Sie Mit Liebe Gottes Alle Lieben Dann Wird Von Unser Seite Eine Trennung Ein Wie soll ich Sagen Ein Verletztes Herz Nicht Geben Und Wir Können Ja Nur Für Unser Herz Etwas Tun Dann Werden Wir Von Unser Seite Hier Ein Fluss Sein Ich Sag Jetzt Mal Eine Quelle Quelle Ist etwas Falsches Sondern Ich Werde Ein Kanal Sein Ich werde Nehmen Aus Gott Und Werde Für Jeden Von Meinen Mitgliedern Der Familie Und der Gesellschaft Liebe geben Diese Liebe Kann man Nicht Zerstören Man Kann Mich Nicht Verletzen Weil Die Liebe Gottes Ist Allmächtig Und Unverletzbar Und Dann Kann Ich Von meiner Seite Das Tun Was Der Prophet gesagt Hat Dass Es Versöhnung Gibt Dass Wir Nichts mehr Und Dass Wir Auch Von Dem Andern Völlig Auf Geistiger Ebene Unabhängig Sind Möge Gott Uns Helfen Diese Lektion Schnell Zu Lernen Damit Wir Unser Leben Und Vielleicht Auch Das Unsere Mitglieder Durch Unser Vorbild Erlösen Für Die Ewigkeit Amen Amen